Ja, Johnny V von der Werkstraße, mein Perspektiven Spazi für den Boss, der Lobbyist, zieht's euch rein, viel Spaß damit, yeah! Bordellen, Ergo-Chicks mit XXL und Brüsten bestellen, natürlich mit Quitto, sonst wär ich doch echt dumm, das kommt dann auf die allernächste Spesenabrechnung, von der Pharma-Lobby werde ich mit Drogen gut versorgt, die Waffenlobby sichert mit Kanonen den Transport, ey, ich kenn kein Gewissen, jetzt geh mal in Spanto, mein Konto stand stabil, dank Nestlé und Monsanto, doch wenn irgend so ein Winterspinner meinen Benz zerkratzt, kommt das Opfer nur davon, wenn er die Beine trainiert hat, ha! Yeah, ich hoffe, es hat euch gefallen, Grüße gehen raus an den Boss, ich bin raus, Johnny V.